Das ist jetzt schon seit einiger Zeit. Die Bad-Wars-Szene hat sich ja sowas von verändert. Alter Falter. Also früher stand der Spaß im Vordergrund und dann stand einfach nur das Tryharden, das Gewinnen. Also das hat damals Survival Games kaputt gemacht und das hat meiner Meinung nach auch die Bad-Wars-Szene kaputt gemacht. Weil es gibt kaum noch neue Leute, die dazukommen, weil sie halt komplett zerstört werden. Und das ist meiner Meinung nach, das war früher anders. Und da muss ich sagen, da spiele ich lieber ein bisschen Mario Party oder Minecraft Murder.